Hallo zusammen und willkommen zurück in den Minen von Amphoria. So, ein Weilchen ist es wieder bei mir hierher, dass ich gespielt habe. War jetzt eigentlich den größten Teil nur mit Spielern beschäftigt. Irgendwas war mit schwarzen Diamanten, die wir suchen wollten. Da füllen wollten wir, glaube ich, in den Abgrund runter. Wie ich weiß, wir haben auch keinen gefunden, wo wir absteigen können. Flanken nennen wir mit Spitzhacke haben wir. Hinten ja. Was ist jetzt für die Leichen hier? Ah, es sind Botsteine. Da haben wir auch einen Update mittlerweile dazu. Gut, wo kommt man in die Tiefen am besten? Ich habe mir überlegt, vielleicht mal da hinten nochmal nachzuschauen. Vielleicht finden wir da hinten irgendwie so einen Notabstieg. Da geht es denn mal so. Aha. Gibt es denn Spitz schon mal? Gibt es denn Spitz schon mal? Gibt es denn Spitz schon mal? Wird geblieben. Frühstück. Sehr schön. Aber sind da Spinnen? Ich dachte, wir haben da mal aufgeräumt. Anscheinend nicht. Hinten. Wurzelt er auch Spinnen? Weiß es nicht. Mal weg. Eiche von mir. Die Effekte. Kann das sein? Was haben wir hier? Gold. Nehmen wir mit. Aber wir jetzt auch nichts. Na, jetzt haben wir schon mal einen gesammelt. Es kann auch sein, dass das Update vielleicht die Adern und alles resettet wurde. Jetzt aber auch nicht jeden Müll mitnehmen. Und jetzt haben wir noch ab und zu diese kleinen Legs drin. Pelze haben wir, glaube ich, genug. Genau, da schießt er immer so ein bisschen. Lass das lieber. Das war doch so ein nützames Lager. Wir gehen da mal rein. Vielleicht lässt der eine oder andere noch so einen schwarzen Diamanten fallen. Ja, halleluja. Hille. Hör. 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 Bösset vorblieb. Gelegt. Metallteile. Schenken. Ah. So. Äh. Ja. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, das Mikro will nicht so rechnen in diesem Spiel ab und zu. Wenn es nicht immer ausschlägt. Ja. Ich habe mal ein bisschen lauter gedreht, das Mikro. Ich weiss nicht, ob das was bringt. Das sind diese Giften. Aufladen. Aufladen. Ich bin es. Parzettia. Hey. Weg. Hey, das zuckelt hier. Das ist ja nicht normal. Das ist all you've got. Patch hat sehr schlimm verbessert. Was das Ganze hier angeht. Aha. Oh, Schlüssel. Oh. Schwarze. Ja. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Nimm mit. Ich traue glaube es noch mehr Dias. Vielleicht nur aus das 15 Stück oder sowas. Mal. Ist unsere Rüstung im Eimer. Ist ja traurig. Ob sie da nicht noch was sonst fallen gelassen haben. Aber vielleicht ist es aber gerade so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel auch wirklich durchziehe. Ich finde das irgendwie so. Es streckt sich extrem in die Länge. Was da gewisse Sachen angeht. So diese kleinen Rieses, wo man ab und zu hat. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das Problem hat. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen lästig. Naja. Mal schauen. Naja. Unser Garten. Habe ich ja komplett vergessen. Ein bisschen Fleisch. Jetzt das haben wir ja wieder sammelt. Lassen wir kurz. Dann. Nach mal einen knackigen Salat in der Zwischenzeit. Dann können wir kurz mal die Rüstung reparieren. Dann können wir gleich wieder rüber. Ein schwarzer Tier. Dann haben wir jetzt rechts. Das ist das Gold. Ich dachte schon. Wir finden da mal ein bisschen was Neues. Werde. Herzen. Die Münzen können wir sonst gleich da reinschmeissen. Wir lagen die mal ein. Das ist Adamant. War der neue Steinart, die wir glaube ich irgendwie dran waren. War Quartz. War Quartz. Machen wir den. Nicht für was wir den mal mitgenommen haben. Wir behalten einfach mal ein Stack hier. Weg da. Zwei davon. Dann haben wir nochmal. Den da. Dann wir werfen. Ich. Dann Pfeile herstellen. Das müssen wir glaube ich. Also Bolzen. Die haben wir glaube ich hier gemacht. Ne 15 Stück. Da wieder 30. Und dann gehen wir zurück. Ich hoffe ihr seht auch genug. Ich glaube das Spiel ist allgemein ein bisschen heller geworden. Ich habe eigentlich nichts geändert. Mal den Speer. War ja alles vergiftet. Da wird es ja auch irgendwie weiter gehen. Haben wir da eine Brücke rüber gebaut? Brückeli. Fleisch. So 15 schwarze Diamanten waren es. Das Holz können wir eigentlich einsammeln. Und die Metallteile nicht. Äh. Metall. Betzen. Sofreste nehme ich. Oder was die Haut fetzen. Ist ja egal. Ball Metall. Weg mit dir. Eiswurze haben wir auch mal was gesammelt. Lass ich mal liegen. Vor der Nebel wurde anders. Ich habe auch gesehen, als ich eingeloggt habe ins Spiel, so gesagt, kam da mal ganz viel Geröll von der Decke rot. Da geht es eigentlich lang, aber ich will mal schauen. Bader da hinten auch Neues. Oder Däten ist abgetragen. Neutron. Sollte da wieder Ork sein. Wenn es resettet ist. Da wurden vielleicht nur die großen Lager zurückgestellt. Das kann dann auch sein. Das. Finden wir es raus. Die ganzen Erzarten. Erzarten. Ja. Kostbar Redelstein. Okay. Na ja, so kostbar ist auch nicht. Wir haben ja kein schwarzes Tier raus. Wir haben ja genug bei uns. Und ein Stück. Das hier mit den Toren noch. Und da hinten war ja der Boss eigentlich. Denn... Ich weiß nicht, aber nicht. Müllrück oder irgendwas. Etwas. Richtig. Da haben wir ein Feuerchen gemacht. Damit wir da uns schranzen können, falls er da durchbricht. ein Kerner da zu sein. Das ist gerade so komisch geleuchtet. Gut, kann man nicht kaputt machen. Ein Versuch was wert. Aus paar Edelsteine. Damit... Da kommt nicht das daraus, was ich haben möchte. Das geht mal an. Weg mit dem. Wunderbar. Nur Saphir. Schade. Ich dachte, ich hätte das vielleicht so eine Spalte gehabt, wo wir da auch heruntersteigen können. Da haben wir auch nochmal was. Das sieht ja nach Gold aus. Wir sind auch wieder Kostbar Redelstein. Ich lasse den mal. Auch wieder nur Saphir. Hier raus. Ah, da. Ich bin ein toller Zeck, wenn ich mich... Ne, nicht da. Noch weiter vorne. Hä? Ratsch mich nicht. Oh Gott, bin ich blind. Lop. Aber mit den Edelsteinen können wir eigentlich auch nicht so richtig was anfangen. Oder vielleicht bin ich einfach zu hof dafür. Ich glaube es noch nicht rausgefunden. In dem Sinne. Oh Gott. Herr Ratsch. Oh Gott. Oh Gott. Folge nicht noch eine Invasion. Die Horte kam. Irgendwas war da. Hm. Schön, schön. Aha. Finde ich auch. Na dann. Haben wir eigentlich sonst nichts mehr. Ja. Gehen wir mal ganz nach hinten, wo da die Zeuche auf dem Boden liegt. Schauen mal da nach. Ernsthaft. Die spinnen wieder da. Hilfe. Haben wir da weggemacht. Oh. Jungs, beruhigt euch. Keine Güte. Ein Stück. Holz. Holz. Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist gleich schon wieder Respawn. Ich denke, das kann dann ziemlich nerven sein. Oh, hier haben wir schon mal was hingebaut. Das haben wir repariert. Oha. Ich habe gestaunen. Restauriert die Mittenwinde. Hinab. Aha. Egenwie... Weiß ich nicht. Am Patch. Also gewisse Grafik-Sachen wurden verbessert. Also ich glaube, die Wasserfontänen haben da vorher nie so ausgesehen. Auch wenn wir so mit der Axt da einschlagen. Ah, das war hier. Wollen wir unten eigentlich nicht mal da was hinklatschen? Aber da ist jetzt ja wahrscheinlich auch wieder alles... Ja, das ist wieder all Spinnen. Ah, nee. Ich gebe schon die Rest. Oh, Gott, Gott, Gott. Wir gehen gleich mal zurück zur Base, hier haben wir ein Eisenherz, noch ein bisschen drin raus, fängt gerade zu sehen und hört gleich wieder auf. Auch alles, hier gehts nach Hause. Dann werden wir halt noch mal unser Inventar, weil das Haus geläuchtet ist, aber das müde wird er auch langsam, dann muss er eh mal pennen. Das Granit, die kleinen Dinge zum Reparieren, das komische Gift, wie das nochmal hieß da. Gut ins Licht, irgendwie sowas in der Art. Was denn hier? Wir haben Fleisch, Fleisch, wird das hier so speziell eingelagert, weiß ich gar nicht mehr. Das ist das Gekochte da hinten. Einfach mal da rein, passt schon. Auch genug, das auch. Dann noch weg. Rein. Ich habe viel Material gebraucht. Enzenmühle. Das können wir einfach einfärben. Ja, nur eine Bahn. Ich habe da mal ein paar. Was ist das? Repariert. Unentisch. Alle Axt könnten wir einfach noch machen, aber... Vergliesch. Die Faden können nochmal weg. So, machen wir uns nochmal kurz was zu essen. Pennen in der Zwischenzeit kurz. Der Pit ist hier. Müssen wir eigentlich wieder in die Tiefe runter. Aber ich war sicher, wir hatten die Risse auch hier oben. Einfach mal hier wieder alles zurücklaufen und hier nochmal alles absuchen, aber... Da ist es nicht mehr. Gut, das ist immerhin noch verschlossen. Was ist da für ein Klumpen? Was ist das für ein Klumpen? Ich weiß nicht, wenn ich mich hier habe. Ich weiß nicht, dass wir hier sind. Woh, die Erwachsen sind hier. Ich weiß nicht. Die Erwachsen sind hier. Das ist hier. Das ist hier. Die Erwachsen sind hier. Das Hafer brauchten wir hier früher. Lembasbrot. Hab dich. Hier gibt es keinen kommen. Lackgasse. Wollte nicht so oft rennen, dann wird ich nicht so schnell müde. Sohle. Wohne sich da unten zu gehen. Na, hoch mit dir. Waffe gibt es dann. Waffe gibt es dann. Ab und zu. Fast. Runter. Also ich habe schon keine Orientierung mehr. Ich kann es schon mal jetzt sagen. Aha. Hier hinten haben wir Spinnen, aber da geht es nicht weiter. Ist da der Weg versperrt? Was haben wir denn da? Da, ein Abgrund. Wirklich. Das war... Ah. Bin. Das hatten wir hier. So. Wer ist da unten? Hallo. Soll ich mich mal da runter bauen? Ich denke, das geht fast gar nicht. Urkkiste. Wie weit das Seil geht. Schnell bauen. Irgendwie mal. Dann hier vielleicht ein Ding anschließen. Ähm. Ähm. Hat das einen Drop? Hier, Balkon. Ist es? Nein. 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 Begleitern. Immer noch zu hoch. Aber muss wohl an der Felsland sein. hoffen, die reichen bis nach unten. Das sieht doch mal gut aus. Dann. Sicherheit. Wenn sie schnell hier hochkommen. Hier. Nein. Strickleiter. Nein. 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 Kann ich die mit der Ambrus bearbeiten? Da der Seitenschlag ist was so läuft. Hört auf zu schießen. War meine Idee. Oh, wie viele sind das? Hilfe! Das ist Mobbing. Oh, ja, ja, ja! weg wird doch noch eine ach da noch die die am sterben lag rüber nicht getroffen getroffen ich bleibe mal auf den ist er drin jetzt aber ja ja ich hab euch auch lieb kann ich näher ran kannst du nicht arbeiten monsters in the air Ja, wo sind die her? Ich seh's. Die fallen die gerade runter. Äh, wie sein könnt ihr hinklettern? Geh da runter. Du glaubst es ist ab. Komm mit dir. Auch weg. Der hat da hinten jetzt gestorben. Der kämpft gegen was. Hä? Da ist ein Bär. Cool. Ich mag den Bär. Der ist einer der auf meiner Seite ist. Ha, hoch mit dir nicht runter. Und die noch ab. Nee, da kommt er wieder. Ja. Der ist still. Wieder reingegraben. Ich glaub sie, ich muss runter. Ich glaub sie, ich muss runter. Das ist am einfachsten. Die Fledermäuse. Die Fledermäuse. Mh. 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 wir noch dieses Moos? Eigentlich Pilze hat das. Dem kann man ja nichts machen. Ich wollte es trotzdem mal versuchen. Nach da hinten können wir. Ah, ah, ah. Ist nichts. Könnten wir eigentlich wieder nach oben. Aufstieg sollte der genau hier sein. Nicht schon wieder. Komm her. Kann halt nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Obala. Da kamen wir, glaube ich. Da lang. Wenn ich jetzt die Karte richtig gelesen habe. Halt dich fest. Wir können nach vorne mal nach links und rechts noch mal schauen. Fleisch. Fleisch. Mehr Fleisch. Hupfer. Hupfer. Nennen wir ein bisschen mehr. Aber auch hier ist kein Abstieg. Hm. Gut. Dann. Andere Seite noch. Haben wir die Dinger gesehen. An. Wir können noch die Dinger hin. Es ist ein bisschen goethe. Dann. 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 Da war eins, wo man reparieren könnte. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich will nur wissen, was da mal passieren wird. Ich weiß ja nicht, wie wichtig das ist. Ich dachte, die kann man reparieren. Ich lege die Waffe mal ab. Wobbisch. Ja, nur ja, nur. Hinten hoch. Das ist irgendwie, die geht hier nicht weiter. Äh. Hallo. 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 verwandt. Bevor der Stein runterkommt. Das Interessante am Zwerg ist hier, der muss eigentlich nur fressen, nie trinken. Das wäre mir gefallen, als ich das Wasser gesehen habe. Die können wir auch nicht abbauen. Haben wir doch schon irgendwann eine Stelle versucht. Ah, gleich zu Hause. Wunderbar. Ja, da müssen wir es ja wahrscheinlich vielleicht unten nochmal nachschauen. Weiß echt nicht, wo die Wäsche nochmal gesehen haben. Okay, nochmal drei Bökelfleisch. Ne, nur nicht. Das hier. Das. Noch was? Glauben wir nicht. Und hier rein. Dunge-Schichte da. Da. Alles happy-happy. Nicht hier, sondern da. Hafer. Dann nochmal das Öhrchen. Dann haben wir nochmal ein bisschen Ufer. Vielleicht da rein. Dann können wir eigentlich noch was herstellen. Wir könnten uns auch was grillen. Okay, wir haben kein Fleisch. Okay, wir grillen nicht. Das ist Salat. Krass. Karrieren. Wie viele haben wir noch? 39. Machen wir uns nochmal ein paar Bolzen. Regen fällt uns da wieder. Dann pennen wir nochmal eine Runde. Unten noch was. Auch fertig. Zeit reicht. Robstsalat. Sehr schön. Gut, ja. Wir haben ein paar schwarze Diamanten gefunden. Mehr nicht. Aber das wird noch nicht reichen. Wir brauchen mehr. Wir müssen vielleicht nochmal in die Tiefe runter. Ganz nach unten. Zum Wasserwerk. Oder wie das nochmal hieß. Ja. Sonst. Könnte mir gerade nichts sein. Wo wir sonst noch was finden könnten. Ja. Wir müssen unten schauen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch wieder mal einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.